Aber wir machen das einfach mal ein bisschen anders, wir werden jetzt einfach, wenn wir gegessen haben, uns gleich mal irgendwie auf dem Weg ins Landesinnere machen. Oder, oder nee, wir gehen am Strand lang. Wir gehen einfach mal am Strand lang. So, neulich hat er uns ja hier, hab ich ihn hier gesehen. So, wir gehen einfach mal weiter, schauen mal, ob wir hier was interessantes finden. Na ja, hier kann man ja nicht so lange rennen, richtig. Gut, soll jetzt aber auch nicht das Problem sein. Zumindest haben wir ja die Möglichkeit dann am Strand auch wieder zurück zu gehen. Und dann zu speichern. Aber ich fand das schon heftig da in der Höhle. Es ist verdammt dunkel. Ob da die Fackel, wenn ich mir eine Fackel gecraftet hätte, ob die da nicht gleich ausgegangen wäre? Sollte mir das nochmal wieder fahren, probiere ich das mal aus. Was sehe ich denn da vorne? Das ist aber nichts Natürliches, was ich da gerade gesehen habe. Interessant. Was ist das denn? Hm. Sehr kurios. Boah. Das war das denn für die Geräusche. Oh, gut. Gut. Was haben wir hier? Ach, auch nur Ziele. Dann gehen wir einfach mal weiter. Hier steht wieder so ein komisches. Da haben sie wohl ihr Gebiet mit markiert oder wie. Lecker. Happa. Wobei das löst immer noch nicht unser Wasserproblem. Dazu müssten wir glaube ich eher ins Landesinnere. Was war das? Oh, ein Stein. Ah, da sind die Container. Und die Päckchen, die man, wenn ich mich recht irre, nicht aufmachen kann. Aber, wir schauen uns die Container mal an. Was ist denn das hier? Boos. Boos. Okay, ich kann nicht mehr Alk trinken. Oder nehmen besser gesagt. So völlig in Ordnung. So. Gibt's hier noch mehr? Nö. Sieht nicht so aus. Noch mehr Alk. Was für Alk krieg ich nachher noch mehr Durst. Von daher lassen wir das mal schön. Ups. Und hier. Okay. Hier liegt wieder so ein toter Typ. Aber mit dem will ich jetzt mal nüscht anfangen. Ja. Braucht doch Essen. Tut mir furchtbar leid. Hä? Habe ich nur ein Schild bekommen oder was? Scheinbar. Ach ja. Ist ja gut. Ich geh mich ja schon waschen. Katzenwäsche muss reichen. Katzenwäsche muss reichen. So. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier für eine Aussicht. Okay. Ich glaube da hinten in der Bucht hatte ich mir, wo ich das mal zum Testen gespielt habe, eine Hütte gebaut. Blöde war bloß, dass da in der Nähe direkt so ein Camp von den Kannibalen war. Okay. Wir gehen einfach mal weiter und schauen mal was sich hier ergibt. Zelte. Zelte und Kisten, die man wahrscheinlich wieder nicht öffnen kann. Oder was soll das hier sein? Mal solche. Hier kann man auch nichts machen. Aber offenbar war mal irgendwann schon mal jemand auf der Insel. Pfanne können wir auch nicht mitnehmen, um uns heute zu kochen oder zu braten. Die Kiste auch nicht. Okay. Also alles nozierte. Alles nozierte. Ich denke, hat was gehört? Ist das hier so ein... Ach, das war der Hase. Ist das hier so ein Lager von denen? Scheiße, ja. Daraus wäre, als wäre keiner zuhause. Super, ich gehe noch freiwillig in den Käfig da rein. Hilfe. Habe ich nicht gelesen, dass man hier irgendwo Seile bekommt? Ja. Vielleicht sollte ich mich jetzt aber verpfeifen hier. Ja. Ja. Ja.